hallo ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute ist tag 11 des pakets mit der laura zusammen laura und ich haben uns für den täglichen adventsmäßigen super super auspackbaren ja jeden morgen haben wir uns ein ganz ganz tolles paket was mittlerweile schon zur hälfte geleert ist und uns zugesendet und zwar haben wir auch natürlich eine verlosung laufen die jetzt schon seit ein paar videos schon bekannt ist am 24 werde ich euch zwei gewinner bekannt geben denn ich ein christmas paket zukommen lassen werde was mit sehr viel herz und liebe zusammengepackt wird und was ist was das ist werde ich am 15 mitteilen schaut doch gerne bei der laura vorbei sie hat einen ganz ganz tollen kanal ich verlinke euch in der infokarte gerne einen teil ihrer videos damit ihr sehen könnt und auch unten in dem kanal das letzte video von ihr damit ihr auch gerne dort teilnehmen würde und ich habe diesen tollen lidschatten gestern bekommen den ich heute schon wieder morgens aufgetragen habe tatsächlich das ist so gerade mein basic makeup und ich muss sagen ich habe das heute noch mal aufgetragen leute ich habe jetzt heute ein bisschen dunkleres braun hier in die kris reingepackt und ich finde richtig gut also davon trend up gefühlt sich auch so toll es gibt auch wenig fallout ich suche jetzt paket nummer 11 11 ist das hier was kann das so sein falls du mal fernweh hast sind immer ganz tolle karten dran es gefällt mir total ist total süß laura ich hab die ist total geil das ist die tropical dream maske vom balear ich glaube aber stimmt die ist limitiert also ich hoffe leute dass sie sie noch findet die ist nämlich mega 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 schön und meine katze kommt rein meine katze kommt rein aber trotzdem ist die maske sehr sehr schön ich hoffe wie gesagt dass euch diese adventskalender zeit echt mega mega spaß macht ich finde es so so cool sachen auszupacken und meine katze hat jetzt die türe aufgeknackt ich hoffe wie gesagt wir sehen uns morgen wieder und bis dahin einen wunderschönen tag und die packen die mir in sich richten